Musik Aber zuerst aus ganzem Herzen herzlich willkommen, liebe Markenexpertinnen und Experten. Das Geilste am Marken Award ist, dass die Preisverleihung immer schön kurz ist. Und jeder hat Lust zu feiern danach. Das Unternehmen und die Jury, ich glaube, die sehen die gleichen Ideen, dass da was Großes entstanden ist und was Großes entsteht. Wenn man selbstständig ist oder wenn man irgendwie sein eigener Herr ist, muss man irgendwie sehen, dass man was Unverwechselbares schafft. Wir leben in einer Zeit, in der gerade die Markenpersönlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Und dass die auch klar und ohne Widersprüche kommuniziert werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020